ARD Text im Auftrag von Funk Christoph Schrade aus der Szene Der Winterkleiner Wichser war das Und ja, der hat den Schlüssel von mir gekriegt, damit er sein Maul hält Du hast mir vorhin von Jana erzählt Sie hat diese Webseite www.seelenorte.de Warum Seelenort? Die Alte spinnt Vielleicht sollten wir uns mal bei Ihnen umschauen, Frau Brandner Was auch immer sie in dem Turm erlebt hat, das muss traumatisch, was sie gewesen sind Lass sein